Nürnberg, es war ein wichtiger Sieg gegen den VfL Bochum. Das weiß auch Enrico Valentini, der nach der Partie auf das große Selbstvertrauen im Team verweist. Die Elfmeterszene vor dem 0 zu 1 war ihm indes äußerst unangenehm. Seistram, findet Michael Kölner, der besonders den Punch seiner Jungs nach vorne lobt. Die Stimmen zum Bochum-Sieg. Anzeige, Enrico Valentini und der FCN fahren nach dem Sieg gegen Bochum mit viel Selbstvertrauen zum Darby nach Fürth. Enrico Valentini und der FCN fahren nach dem Sieg gegen Bochum mit viel Selbstvertrauen zum Darby nach Fürth. Copyright Sportfotur Zink-Damer Michael Kölner, Trainer 1. FC Nürnberg Wir haben uns heute für eine gute läuferische und kämpferische Leistung belohnt. Wir haben stark angefangen. Das 0 zu 1 hat uns dann zugesetzt, und Bochum Selbstvertrauen gegeben. Wir konnten die Linie nicht mehr schließen, und sind viel hinterhergelaufen. Das 1 zu 1 war dann schon etwas glücklich. Nach ein paar Anpassungen konnten wir es ausgeglichener gestalten. In der zweiten Halbzeit waren wir defensiv stärker, und haben vor allem die letzte Linie gut verteidigt. Und Richtung Tor hatten wir einen guten Punch. Das hat uns heute drei Punkte beschert. Bilderstrecke zum Thema 1. FC Nürnberg, VfL Bochum 1. FC Nürnberg, VfL Bochum 1. FC Nürnberg, VfL Bochum mach's nochmal, Michael. Ischak hat gegen den VfL hat das letzte Wort. Der Klub ist fit für das Frankendalby, das am Sonntag in Fürth in die 263. Runde geht. Beim 3 zu 1 Heimsieg gegen Bochum geriet der FC N erst unglücklich in Rückstand, antwortete jedoch noch vor der Pause durch einen abstaubenden Allrounder. Nach der Pause köpfte der Klubkaptein sein Team in die Siegerspur, ehe Michael Ischak bei seinem vierten Treffer in fünf Tagen einen zweiten Versuch brauchte. Michael Ischak, Spieler 1. FC Nürnberg. Wir haben gegen einen sehr guten Gegner gespielt. Sie haben es uns vor allem in der ersten Halbzeit sehr schwer gemacht. Dass wir das 1 zu 1 gemacht haben, war wichtig für uns. In der zweiten Halbzeit haben wir uns den Sieg dann erkämpft. Wir haben jetzt Selbstvertrauen, und zwei Siege im Rücken. Ich hoffe, dass wir das Insta-B mitnehmen können. Bilderstrecke zum Thema 1. FC Nürnberg, VfL Bochum 1. FC Nürnberg, VfL Bochum 1. FC Nürnberg, VfL Bochum 3 zu 1 Sieg gegen Bochum. Benoten Sie den Abstauberklub bombastisch, Behrens. Nachdem Löwen zum Ausgleich getroffen hatte, nickte der Kapitän zur Führung für den Klub ein. Ischak zementierte diese im zweiten Anlauf vom Punkt. Am Ende hieß es. 3 zu 1 Sieg gegen Bochum. Benoten Sie die FCN-Profis. Eduard Löwen, Spieler 1. FC Nürnberg. Wir hatten heute einen starken Gegner. Bochum hat uns alles abverlangt. Wir haben uns ausgepohrt, und alles gegeben. Am Ende war der Sieg nicht unverdient. Wir sind trotz des Rückstandes geduldig geblieben. Wir wussten, dass wir immer ein Tor machen können. Das ist uns dann auch gelungen. Ich freue mich, dass ich momentan treffe. Das habe ich auch der Mannschaft zu verdanken. Links zum Thema 1. FC Nürnberg. Klubgeschichten Enrico Valentini, Spieler 1. FC Nürnberg. Der Elfmeter war ein doofes Gefühl. Ich bin froh, dass wir das noch umgebogen haben. Ich war sehr erleichtert, dass ich dann auch Hannos Tor vorbereiten konnte. Bochum ist spielerisch mit das beste Team in der 2. Liga. Das war heute ein Arbeitssieg. Wir wollten unbedingt den 3 erholen, damit wir mit breiter Brust nach Fürth fahren können. Ismail Adalan, Trainer VfL Bochum. Im Endeffekt hat Nürnberg mit 3 Chancen 3 Tore gemacht. Wir nur eines. Dann ist es am Ende auch verdient, denn im Fußball geht es um Tore, und nicht um schönen Fußball bis zum 16er. Wir wiegen uns zu sehr in Sicherheit, wenn der Ball gut läuft, und haben vergessen, dass es nicht reicht, 1 zu 0 in Führung zu gehen. Wir sind nicht zufrieden mit unserem Spiel im letzten Drittel, und vor allem mit den Ergebnissen. Wir sind nicht zufrieden mit dem Spiel im letzten Jahr. Wir sind nicht zufrieden mit dem Spiel im letzten Jahr.